Ja, ein bisschen Sci-Fi jetzt schon dabei. Geht so in die Richtung Superhelden. Und zwar kam auch vor relativ kurzer Zeit von Marvel raus. Ja, da gibt es viele Filme, ich weiß, worum geht's. Das ist Strange. Ein bisschen. Ja, ich rede tatsächlich von Dr. Strange. Kräftigen Applaus für Strange. Applaus Nein, nicht er. Ich habe ihn für Sie. 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 WDR mediagroup GmbH WDR mediagrin WDR mediagrin WDR mediagroup GmbH 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 WDR mediagroup GmbH